und damit herzlich willkommen zum finalen finale aller möglichen finales die wir haben können wir stehen vor dem letzten wirklichen finalen boss haben auch noch mal ein bisschen was hier eingesammelt die waffe kennen wir schon ist ein bisschen stärker ja auch diese metallschläger hier bekommen von margaret in wilfield room dafür dass ich beim persona compendium über 50 prozent habe aber ich denke mal ich werde das teil nicht brauchen es gibt es noch einen critical rate ab nee danke hier hat aber die normalen schuhe yukikos fächer ist jetzt auch etwas stärker wir werden hier unsere party mit hier yukiko und teddy haben und dann nehmen wir uns mal ein schlückchen mut saft ja mut saftige tränkeform bier es ist jetzt gerade erst 2 uhr nachmittags aber ich habe heute nichts mehr vor ich will dieses finale aufnehmen und warum nicht wir feiern hier ja are you ready to rum yes jetzt bin ich ja mal gespannt wie der kampf abgelaufen wird hallo isanami dankeschön das stimmt well thank you very much miss root of all evil you granted certain individuals the power to enter the tvs you created the midnight channel as well stimmt Und letztendlich, du hast eine Ruhmung über den Midnight Channel gemacht, um ihre öffentliche Bewusstsein zu erzeugen. Ist das richtig? Alles, außer nur einen Punkt. Dieser Midnight Channel, den du sprachst, ist tatsächlich ein Gerät, um die Herz in diese Welt zu erzeugen. Aber es war immer deine individuelle Wille, die herausfinden würden, was auf dem Fall war. Die Menschen wundern, um ihre Suppressed Sides zu erzeugen, während die Augen auf dem, um sie zu sehen, um sie zu sehen. Die Wille zu zeigen, und die Wille zu sehen. Ich hatte eine Fenster, die mit den beiden. Das ist alles. Jeder wünscht, dass sie mehr über die Menschen, die durch die Medien waren. Und der Midnight Channel war da, um ihre Wünsche zu erzeugen. Als die Menschen, die sie zu sehen wollten, entgegen die Welt, die durch die menschliche Gedanken geöffnet wurden, würde sie sogar noch deutlich sehen. Ich verstehe. Das ist so, wie es funktioniert. Hast du gesagt, alles, was du getan hast, war das initiale Spark zu Senpai und den anderen, und dann hast du Dinge zu sehen? Ich denke schon, dass es so war. Und die Geräusche spüren, Dinge gehen falsch. Wir sind für alles, was passiert ist? Die Menschen-Kuriosität war auf der Fall. Nicht nur kurz beim Fenster zu machen, da draußen irgendwelche Handwerker rumwerkeln. Also, bis gleich. Alles war für deine Wünsche, um zu erschaffen, den Menschen zu erschaffen. Menschen, die Menschen zu verstehen. Sie können nur wirklich wissen, wie viele Menschen in dein Leben wissen. Aber Menschen, diese Faktion, und versuchen zu wissen, mehr Menschen, als möglich zu wissen. Nur mit sich zu vergleichen mit anderen, kannst du dich definieren. Und so, deine ever-presenten Anxiety. Deine Anxiety, dich zu sehen, nur was du sehen willst. Und glauben, nur was du glauben. Das Schicksal gefällt mir aber gar nicht. Das ist nicht wahr. Ich muss sagen, dass die große Mehrheit der Menschen genau wie du sagst. Aber wir wollen nicht so leben leben. Das tun wir alle. Forever. Und today. Nicht mehr in unseren Geschäft. Wir werden in unserer Welt mit allen anderen leben. Das ist weshalb. Ähm. Ist das jetzt richtig oder falsch? Wir entscheiden unseres eigenen Schicksals. Das war wohl richtig. Die Zunami steigt empor. Die Zunami steigt empor. Die Zunami steigt. Die Zunami steigt. Das ist großartig! Komm schon. Wir wissen, dass wir viel besser als das. Das ist das, was unser Wiederschein. Die Zunami steigt. Die Zunami steigt. Die Zunami steigt. Alles klar. Zeit für das große Finale! Ich habe ein bisschen Angst. Die Zunami steigt. Die Beziehung der Wahrheit ist nicht... Alles. Aber verdammt mit der Wahrheit, hast du gewonnen, und hast du zu involviert. Jetzt, lernen Sie selbst welche Schuld du hast. Wir werden nicht nur kämpfen, um das Problem zu lösen. Los geht's! Voll-throttel! Dann kommen Sie, schuldige Sohn und Mensch. Das wird alles enden. Wir müssen es glauben. Es ist ein starker. Keine Beine! Für drei Runden. Erhöhen. Dürfte ja nicht schaden. Okay, du darfst Power Charge machen. Soll sie heilen, oder? Ich weiß gar nicht. Vielleicht können wir die Fire-Resistenz auf Null setzen. Und Teddy erhöht unsere Angriffskraft und darauf hinbrennt. Masturgin? Okay. Oh, Teddy. Hammer-on. Nee, 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 nee. Wer? Hätte ich mir irgendwas gebracht? Ist da geschadet? Guck mal, was wird allmachtig machen. Jede443 Häh. Ich werde auch nicht aufschrauben. Du siehst, es ist der Gewerke. Na, wer! Es wird auch luglio! Falt! Ich bin noch! Häh! Was wäre für ein Vorteil? Na also... Na, how cruel! Absolut cool! Uncool, aber cool. Nur Eis ist relativ. Oh, sie kann das auch? Oh! Ich bräuchte Heat-Riser für die ganze Party, aber... Machen wir's mal auf Schiee. Sie können mit God's Hand wirklich die meisten für mich hier Schaden machen, das ist gar nicht übel. Das können wir brauchen. Je mehr Schaden die raushaut, umso besser. Obwohl 2.8 echt nicht die Welt ist. Teddy... Meteoran, bitte! Ich lebe ich, Prozent! Ich waschen wie lang? Das war jetzt unklug. Power Charge? Dürfst du geben? Jo. Ja, ich heil doch mal ane. Blut fertig. Ja, greifen wir mir jetzt mal Bufudin an. Du kannst nicht so schnell verletzen, wenn du in das Raum der Gäste stehst. Scheint ja aber auch nicht allzu viel zu bringen. Hm, ich werde damit Feuer angreifen. Mal schauen, was mir die Qualität bringt. Oh, das funktioniert sogar bei ihr. Oh, das schießt, das Angriff ist auf dem Maximum. Also, God's Hand. Oh, das ist ja nicht so schnell verletzen, wenn du in das Raum der Gäste stehst, wenn du in das Raum der Gäste stehst. Oh Gott, hier der zweite Form. Stagnant Air. Ja, naja. Ja. Ja. Kein mehr schon. Müssen wir jetzt nicht so... Das ist ein dreckiges mäßiges Zeug, also... Wir können eh wieder so ganzen Element heilen. Sie sind uns das Ding vergiftet, was soll's. Gott's Hand bitte. Wieso auch? Wir haben sie gleich schon. Ganz schön einfach. Gendo wird übrigens ja fast nie angegriffen, wie's aussieht. Da ist Sona! Da ist Sona! Wieso? Wieso? Sona? Sagt du das eigentlich gar nicht? Sona? Fuhlisch Whispern. Stumm ausgehen? Alle verfehlt. Bist du blöde. Angriff. Und nochmal God's Hand. Du haltest bitte wieder, Yuki-Ko. Der Mann muss ja nicht so schnell verletzen. Du weißt, was da noch kommt. Die Tsunami ist eigentlich schon gesiegt. Der Balken ist keine Hauptlehne übrig. Das ist schon komisch. Nach den Balken unten 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 ist so leer. Schwert! Die Stufen der Kräste nicht! Vielleicht kann es vielleicht nicht sagen. Kann ich nicht verstehen? Es ist unmöglich, mich zu töten. Was soll ich denn bitte machen? Was passiert denn da? Nicht. Was passieren soll. Versteh's nicht. Du verstehst nichts, was ich sehe. Ignorant Mortals! Was soll ich denn jetzt machen? Oh, oh, oh. Heilen sollte ich auf alle Fälle? Ähm, haben wir hier grad irgendein Item, was ich noch benutzen kann? Ja, wir haben hier mal das Mackerleaf. Wie würden das Zeug dafür nicht gebrauchen? Das ist ein Kristall der Macht, welches wir hier vermitteln. Wie kann ich das? Ich kann nur auf Guard gehen. Kannst du mit Eis ran? Die wurden natürlich geheilt. Finde ich ganz geil. Wie kann ich das? Wie kann ich das? Wie ist das? Wir werden sehen, was wir uns jetzt mit Egon Marker erzählt haben. Das ist ein Kristall der Macht, das du durch deine Geheimdienste nahm. Ah. Ein Orr, das die Fabrikationen aller Säulen vermittelt, die Leiden schiebt und die Wahrheit schiebt. Die Wahrheit ist ein Ding, das nur für diejenigen, die die es aufgesehen haben, die uns aufgesehen haben und eine Wahl gemacht haben. Soll ich den Orr einsetzen? Am Ende des Wegs du wählst, liegt die Wahrheit. Glaubst in ihn und weiterhörst du, ohne zu schuldigen. Ah, das kommt die wahre Form von die Tsunami. Durch den Orb of Sun. Das ist relativ Soundeffekt. Ich möchte dir meinen vollen Glösschen zeigen. Ich bin ein Gott. Ich zeige dir die Wahrheit von deinen miniskuleren Existenzen. Ach ne, Yukiko, sag bloß. Du kannst mich nicht allein mit Kraft töten. Du wirst bald verstehen. Schau dir! Wir haben nie so etwas wie sie gesehen. Ja. Mach Sachen, Rizé. Es ist ein starkes. Nimm deinen Garten. Was muss man bitte rauchen, um auf so eine Idee zu kommen? Boah. Krank. Die Fernseher höhen bitte. Was ist mit Teddy los? Hätte er Angst. Mal Power Charge. Geh das! Mach das! Du... Haltst du uns alle? Sonst macht sie auch eh nichts mehr anderes, ne? Und Teddy fühlt sich gerade ganz doll. Nicht gut. Aber er kann angreifen. Das ist auch super. Und Teddy fühlt sich gerade ganz doll. Und grüß die Attack, bitte mal. Mein Charge. Ah ne. Das ist nicht gut. Na gut. Maragunda. Die Fans daunen ja. Super. Warum mach ich das denn extra? Hä? Na gut. Dann bei dir auch. Bitte. Und du nur Scotts Hand. Für den Schaden. Oh mein Gott. Das kann doch dauern. Knappe mit Feuer an. So. Allen brauchst du jetzt nicht unbedingt. Oh. 500 rum. Gar nicht ebel. Penny kann mit seinem Eisangriff wie viel Schaden machen. Auch 500 Knappe. Die Phase ist bereits für deine Verkaufung. Ich werde deine Leben hier enden. Wirst du nicht? Wie gehen magst du die? Die heilt sich damit. Was für? Was? Sie. Was für das ist gerade? Fury of Yasugami. Also wirklich. Ich werde mal. Was werde ich mal tun? Bad Shane. Ja komm ich mach mal. Die gute HP Heilung für alle. Wobei ich wohl eher das Soma hätte nutzen sollen. Yukiko. Voller Angriff. Teddy wieder mit Eis. Ich muss ja eins sagen. Ja also. Diese stark aussehenden Angriffe machen kaum Schaden. Schon ein bisschen lachhaft. Und ich vermute. So mal Power Charge. Schaden auch nicht. Ich glaub Teddy wird mal das Soma einsetzen. Wenn's davor ankommt. Es wird vorbei. Nein. Aber jetzt noch nicht. Erst in der nächsten Runde, denke ich mal. Hält sich da noch genug SP für einen speziellen Angriff? Ist nicht wahr. Kalgerle-Breis. Haha. Was haben wir denn? Hahaha. Chie-Senpai, deine Agilität ist unten. Also wirklich, Isanami no Kami. Soll ich lachen oder heulen? Ist erbärmlich, was du da bietest. Haha. Manche Zeit zum Enden ist nah, aber was macht sie? Auf viele. Oh, klang das gerade geil mit dem Orchester. Wie schön. Was? Verfehlt. Ernsthaft verfehlt. So. Na, den Angriff meinte ich. Da macht kaum Schaden. Das lohnt sich doch gar nicht. Sowas einzusetzen. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich im Kampf bin. Muss ich gerade mal so sagen. Das wird gut laufen. Das trisst doch immer mal, ne? Na, also. Senpai, deine Agilität hat gestärkt worden. Ich weiß das. Rizzi. Aber die Slime ist auch nicht gerade so schnell, also. Ist das nicht unbedingt das Hindernis schlechter. Dass unsere Agilität etwas im Keller ist. Ich denke, es ist für heute. DAS Ja, was das? DAS DAS die Reise und dann die Gotthand in die Schnauze reingehauen na komm schon Isanami no Ogami du willst doch auch drauf gehen ich glaube auch ist für eine gute Idee Power Charge oh ne ne ganz im Gegenteil Gott hier Almighty kann ich auch was du kannst großer Power Charge und Yukiko halt einfach mal was weiter vorsicht und unser Freund der Teddy trefft mit Eishand bald alter Mast mein Charge ich will diesen Angriff wegkriegen schau euch das an zwei Balken hoch na cool machen wir das halt auch oh fast komm hier feuer bang bang ich hab's doch genau gesehen ich hab's doch genau gesehen heil uns alle Teddy da sind doch hier wirklich was verloren aber sicher ist sicher ich werde nix mit unserem Tod akzeptieren hier tausend Flüche was nein Teddy Teddy Nein 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 Was ist denn der Scheiß Nein Nein Was mach ich jetzt bitte Ähm Ja Wir sind gearscht und zwar Kacke Kacke Hier und Teddy einfach weg Was soll denn das Soll denn da Diese Unverstehendheit Nicht schon wieder Lukiko Oh! Yukiko-Sanpai! Nein! Es ist unbezüglich, dass unsere Kampf damit endet. Nein, komm! Wir sind so weit gekommen! Januschen! Hm? Danuschen! Wir haben unsere Bewusstsein fast verloren. Aber wir hören eine Stimme. Ah ja, nee. Sie könnte alles für uns tun. Was würden wir für Sie tun? Wir werden Sie hier einfach so verlassen. Nein. Was passiert hier? Unsere Person hat sich entwickelt? Isanagi no Okami. Ich weiß genau, was wir gleich einsetzen werden. Ich weiß genau, was wir gleich einsetzen werden. Ich weiß nicht, was wir tun. Ich weiß nicht, was wir tun. Ich weiß nicht, was wir tun. Es ist unmöglich. Es kann die Wille von so wenig überprüfen, die Wille von all der Menschheit. Wie können Sie Ihre Werte von mir ausreißen? Warum? Warum nicht verstehst du? Es ist unmöglich, Menschen zu verstehen, die Wahrheit mit ihren eigenen Händen zu haben. Und jetzt? Nein. Dann wollen wir Malden. Unser wahrscheinlich letzter Angriff. Genießt ihn! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war jetzt nicht so spektakulär. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Jetzt fallen wir auf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein starkes Herz ist mit anderen verknüpft Die Tür zu einem neuen Morgen ist geöffnet worden How marvellous! You have driven back a godly being and brought about a new world! This will be the last time we summon you here! Also ein Abschied für immer? Soon the fog will lift and our destination will be visible Where fahr die denn hin? We will be arriving shortly This journey was a fruitful one worthy of marking a turning point in your destiny Many a time along the way did the fog of lies prevent you from moving forth Yet in every instance you overcame the temptation of easy exits and false terminals In forming bonds with those precious to you You move closer to the truth One step at a time And my heart danced with delight to see you succeed I am most honored to have born witness to such a wondrous journey Ja, es war eine lange und wundersame Reise Our destination is close at hand now Well then, we have finally come to your journey's true end Nach über eineinhalb Jahren Es wurde langsam mal Zeit oder? Das ist ja unsere Reise die eigentlich nur ein knappes Jahr geht Beenden Ja Our contract has been fulfilled My own duties end here as well You were truly a remarkable guest Jetzt geht es weiter und sehen mit deinen eigenen Augen. Sehen den Welt, den wunderschön und wunderschönes Zukunft. Das ist ein Wunderschönes Wunderschönes. Die Fog ist alles weg. Wow. Es ist schön. Es fühlt sich ein bisschen... Nostalzisch. Ich weiß diesen Ort, diesen Scenarii. A long, long time ago, everywhere in this world used to look like this. So this is the world inside people's hearts. Wunderschön. Wow. Wow. It feels nice. Wunderschönes. 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 Weitereinhos. Wunderschönes. 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 Ich will auch lieber hierbleiben. Oh... Süß... Lass sie doch heulen. Das kann er auch auf ewigem Gefängnis verworfen. Dank uns. Da kommen fast die Freudenträne hin. Warum? Juhl! W-w-w-ware you even listening? We can see you anytime we want, you dork. Ha, like you'll be gone long. Soon as you start craving something like ice cream, you'll be back in a flash. Da hat sie recht. Come on, my honeys. Bluffing that way isn't very cute, you know. You're just gonna be going in and out of the TV at Juness. How's that different from what you've been doing? I can't quite decide what to do. At first I only planned on staying here until the case was completely closed. Maybe I should stick to my original plan and take the train back with you, Senpai. Warum wird sie denn da rot? Kidding, of course. I couldn't do something like that. Dumme Kuh. It's not as though we'll never see each other again. Feel free to call me anytime, even if there isn't a case to solve. I don't feel like saying goodbye either. Hey, you got any plans during the long holiday in May? If you're free, come over and visit. With no mysteries to solve, we can have some real fun. Absolut. Der Ball ist auch nicht lange weg. I'll make reservations now, so that we can stay in my family's inn. Oh, I can get my revenge for that night. Our surprise sneak attack will work for sure this time. But now not, Teddy. Don't bring that up, you stupid bear! Hey, what happened to going back to that world? That has nothing to do with this. It's entirely different. It's almost time. You better get on the train. It's going to be lonely without you. Really lonely. You're coming. But we'll meet again soon, right? Right. Yeah. Unser Girlfriend irony. Well, see ya. Good luck over there, too. If anything happens on your end, we'll come running. Until we meet again, Senpai. Senpai, I'll be waiting for you. See ya. Take care. I'll be looking forward to seeing you again. Well, be careful. I'll see you, big bro. Bye-bye. Hmph. Thank you for everything. Stay well until we meet again someday. You'll always be my sensei forever. Please don't forget about us over there. I love you, Senpai. I'll do my best. You better not run away, too, Senpai. I'll always remember our time together. Distance doesn't matter to us. Even if we're separated, we're still friends. take care of guys. I'm going to fight. Daddy, I'll miss you. das tut mir schon so ein bisschen weh warum nur, müssen wir nach hause fahren nun ja, aber es ist ja kein abschied für immer, oder? wir werden zurück kommen, das haben unsere freunden versprochen auch wenn es jetzt wirklich schwer ist abschied zu nehmen, von einem wirklich sehr langen und haben wir sehr lieb gewonnen im projekt, also ich bin eigentlich auch froh, dass es endlich vorbei ist das hat lang genug gedauert, oder? anderthalb Jahre ungefähr ich weiß noch, wie wir damals ankamen im April aus dem Zug ausgestiegen sind und dann in der Tankstelle waren wo Nanaku pischern musste ja, wir haben viele freunde auf unserem weg getroffen jetzt in einem jahr wie hier gerade viel satuninaka zu ziehen ist noch immer mein absoluter favorit die beiden Mädels in kurzer Zeit erscheint ja auch bald schon Persona 4 Arena für die, ja, heutige Next Gen Konsolen darunter fällt ja auch die Xbox 360, die ich nicht hab und die PS3, die ich hab unter mir ja bekannt ist, dass Persona 4 Arena ungefähr so zwei Monate nach Persona 4 spielt und wir teilweise auch alte Bekannte sehen könnten denke ich mir doch sobald Persona 4 Arena rauskommt, spielen wir das, oder? was meinst du? schreib es in die Kommentare aber in diesem Sinne bis bald in Inaba oder anderen Orten je nachdem, wo es uns als nächstes hin verschlägt Sayonara, Mino-san mit Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.